Ja, da ist das große Mysterium. Anonymous hat mir eine Discovery Connie gegeben. Bitte steinigt mich nicht. So Leute, und damit herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und ja, wie ihr gesehen habt, spielt stolzer Besitzer einer Discovery Connie und der Schreit nach einem neuen Charakter, würde ich mal sagen. Aber zu allererst einmal möchte ich echt sagen, ohne Anonymous, einen wirklich guten Freund aus der Community, wäre ich niemals an dieses Schiff gekommen. Aber okay, Leute, steinigt mich nicht, steinigt nicht ihn. Ich bin einfach bloß über alles dankbar und ich werde mit euch jetzt ein bisschen Content da raushauen. Und wir werden heute Abend Livestream und zwar mit eben jedem neuen Charakter. Und es ist so extrem verführerisch. Man geht einfach auf Discovery und ich muss mich so zusammenreißen, nicht einfach einen neuen weiblichen Charakter zu erstellen, weil diese neuen Frisuren, die sind einfach nur fucking awesome. Deswegen habe ich eben auch nochmal auf Luna so reingezoomt, auch wenn irgendwie gerade das Spiel bei mir ein bisschen rumbackt und die Kantenglättung irgendwie nicht richtig funktioniert. Diese neuen Frisuren sind einfach nur geil. Richtig schön detailliert. Ey, ich muss mir so, so auf die Finger hauen, dass ich nicht einfach sage, hey, ich mache mir jetzt ein, ja, eine Frau. Ich habe schon ein 100.000. Es wird mal Zeit, dass ich einen Mann erstelle. Nein, das meine ich jetzt nicht irgendwie ironisch, das meine ich ehrlich. Es ist meine Macke in Store. Wenn ich an einen Charakter, an einen neuen Charakter denke, es ist automatisch eine Frau. Fragt mich nicht, wieso. Deswegen, wir nehmen einen Taktiker. Ein taktisches Alien, was ich allerdings sehr, sehr menschlich darstellen werde, weil im Prinzip möchte ich bloß den 10. Trade Slot vom Alien haben. Trotz allem soll das Alien ein Mensch sein. Ja, und Discovery Conny. Die Discovery Conny habe ich mir überlegt, habe ich mich, tolles Deutsch, Lutz, wirklich, habe ich mir überlegt, soll ein Tank werden. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, warte mal, du sprichst von einem Tank? Und du nimmst einen Taktiker? Solltest du nicht lieber einen Techniker nehmen? Ähm, tatsächlich nicht. Denn, ja, ich war da auch relativ überrascht. Ich habe mich da schon vor längerem eine Weile mit Sensory drüber unterhalten. Und, ähm, ja. Es kam wirklich dabei raus, dass wohl wahrscheinlich ein Taktiker wirklich für der beste Tank ist im PvE-Bereich. Aus einem ganz einfachen Grund. Äh, ein Taktiker, ein Tank. Habe ich jetzt eben. Ich glaube, ich bin gerade durcheinander gekommen. Also, es kam raus, dass ein Taktiker der beste Tank ist. Ganz einfach nur deshalb, weil ein Tank aggro ziehen muss. Und ja, das geht durch Bedrohungshaltung, logischerweise. Aber nichtsdestotrotz hast du da einen Typen, der drei oder vielleicht sogar 600k DPS raus hat. Und du machst, trotz allem, du hast zwar eine hohe Bedrohungsgeneration, aber du hast halt eventuell nicht genug Damage, äh, kann das sein, dass du die Aggro des Gegners nicht siehst. Und ich suche jetzt gerade eine ganz bestimmte Sache. Wo ist es denn? NASA, wo bist du? Ja. Ähm. Und ja, ähm. Fühlt sich komisch an. Also, ich muss auch ehrlich sagen, es fühlt sich wirklich komisch an, ein, ähm, Tank auf einem Taktiker zu bauen, weil das geht mir auch nicht in Zwirnhaber. Das ist Star Trek Online. Taktiker sind einfach das Go-To bei allem. Bei DPS sowieso, bei, ähm, bei Tanks, bei Exotic Damage Builds, es ist, es ist krass, wie, ja, wie dominant der verdammte Taktiker ist. Ähm, ja. So, jetzt lass mich mal ganz kurz konzentrieren. Zu allererst, es gibt, es gibt wirklich zwei Optionen in diesem neuen Menü, die kotzen mich an. Erstens, du kannst nicht speichern, du kannst jetzt nicht einfach sagen, oh, ich bin zufrieden, geh auf Speichern und arbeite später an meinem Charakter weiter. Nö, die Option ist einfach eliminiert worden. Das zweite ist, wo ist die Option, dass dein Charakter stillsteht, dass der hier rumzuckt, geht mir so auf den Sack. Ah! Ähm, mal gucken, was brauchen wir denn jetzt hier für Augenbrauen? Ah, ja. Puh, die sind nicht schlecht. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, hier sind noch ein paar. Ah, ja. Es ist mir alles vulkanisch. Ähm, puh. Ähm, ähm. Ähm, naaann. Äh, ja, wir bleiben bei den. Oh, hey. Hey, 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 hey. Was soll denn das jetzt spielen? Äh. Augenbraue. Nein, nicht Ohren. Augenbrauen. Drei, bitte. Thanks. Oh mein Gott. Ich glaube, ich sitze hier noch Stunden, Leute. Ich sitze hier noch Stunden. Jo, und denn, ähm, ähm. Ich bin echt am hin und her überlegen. Ah. Das hier nicht? Eine von den neuen weiblichen Frisuren? Ich glaube, ne? Hm. Nehmen wir hier Stormblocke? Ne. Lass ich euch mal ehrlich was sagen? Ich hab irgendwie Lust auf die Frise hier. Weil, die erinnert mich immer an Shang aus Elite Force. Ich weiß auch nicht, auch wenn die Kantengelettung gerade mal wieder total versagt, aber ich weiß auch nicht. Die Frise erinnert mich immer an Elite Force. Und irgendwie möchte ich so ein bisschen Elite Force in meinem Charakter haben, weil Elite Force ist einfach bloß ein geiles Spiel. Und, ja. Jetzt muss man noch ein bisschen das Gesicht anpassen und dann, ja. Ja, Schädelgröße passt erst mal, würde ich sagen. Ja, der Schädel ist groß genug. Ja, da werde ich jetzt nicht großartig was verändern. Was ist das hier? Ach, da oben. Das verändert das. An Knochengröße. Ich würde gerne die Wangen etwas etwas dicker gestalten. Es sieht ein bisschen dünn im Gesicht aus, finde ich. Die Knochen sind so markant, wenn ihr versteht, was ich meine. Machen wir erstmal die Augen ein bisschen kleiner. Ja, also, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben, bevor ich die Option hier angepasst habe? Ach, richtig. Discovery Charakter. Das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen, dass ausgerechnet ich einen Discovery Charakter erstelle. Aber, die Wahrheit ist, ich mag die Discovery Conny sehr. Der Schiff ist erstellt worden, nicht erstellt worden, sondern kreiert worden von John Eves. Und er hat einen geilen Job gemacht. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist mein persönlicher Lieblings-Reskin der Constitution-Klasse. Also, ganz einfach. Ah, ah ja. I see, I see, I see. Ganz einfach. John Eves hat ja damals auch dran gearbeitet, die NX zu entwickeln. Und er hatte da eigentlich schon ein relativ geiles Konzept. Das weiß vielleicht der ein oder andere von euch, aber es war einfach zu sehr Constitution-lastig. Wieso er es dann später hat, ähm, ja, wegfallen lassen, möchte ich jetzt mal einfach dazu sagen. Er hat dann mit Doug Dragster dann eine andere Richtung verfolgt. Und dieses Konzept sah aber eigentlich recht geil aus. Und anscheinend hat er es dann vorgekramt für Discovery und hat aus seinem NX-Design und der Original-Constitution-Klasse die neue Constitution-Klasse gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die neue Constitution-Klasse echt fucking awesome. Und umso öfter ich sie sehe, umso mehr, ja, muss ich ehrlich sagen, verknelle ich mich schon in dieses Schiff. Mal ganz kurz gucken, was nehmen wir denn jetzt hier für einen Kommunikator? So, mehr Auswahlmöglichkeiten haben wir gar nicht. Ja, dann nehmen wir hier. Fenrich. Jo, perfekt. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm. Ja, und dieser Charakter soll halt wirklich all das in sich vereinigen, was ich an Discovery mag. Und das ist mit Star Trek Online extrem einfach. Zuallererst einmal diese Uniform. Ich war von Anfang an ein Fan dieser Uniform. Ich fand die total schick. Und dann haben sie irgendwann die Schuhe gezeigt mit diesen Usain-Board-Absätzen. Ich habe mir so gedacht, ah, ist das dekadent. Aber, ja, hier im Spiel fällt es zum Glück nicht zu sehr auf. Aber nein, ich weiß auch nicht. Ich mag diese Uniform echt sowas von. Äh. Die ist, die ist, ja, die ist wirklich relativ dekadent. Seien wir mal ganz ehrlich. Ja, ich meine, egal welche Variante du nimmst. Du hast hier überall Gold oder Bronze oder Silber. Du hast hier einen goldenen Kommunikator. Du hast hier ganz viele Sternflotten-Abzeichen. Die ist ziemlich, um mich mal auf Englisch auszudrücken, full of itself, ja. Aber ich finde die mega schick. Mega, mega, mega. Und was ich so überaus geil finde an der, ist diese Weste. Weil das ist, das ist eine Kritik, die hatte ich ganz dolle, vor allen Dingen im Dominienkrieg. Warum hat man keine, ja, Schutzweste in Kampfsituationen? Und tatsächlich hat Discovery, ähm, diesen Schutzpanzer hier. Das fand ich von Anfang an geil. Und, ja, Spoiler-Alarm. Das hier wird meine Mako-Variante werden. Also, in meinem persönlichen Discovery-Universum gibt es Makos mit diesem Körperpanzer. Punkt. Schluss aus Sänze. Aber, ähm, die kriegt er noch nicht. Das wird eine spätere Option werden. Sobald ich das Tutorial abgeschlossen habe. Und das andere, was sich der ein oder andere fragen mag, was magst du eigentlich noch so sehr an Discovery? Die Bodenausrüstung. Die Kommunikatoren gefallen mir übel. Die Tricorder sind mega cool. Aber vor allen Dingen der Phaser. Denn der Phaser ist so geil. Und, ähm, geil, so eine perfekte Mischung aus TOS-Phaser und, ähm, The Cage-Phaser, äh, geniales Ding. Richtig geil durchdacht. Und ich sage immer wieder gerne, wenn die ganze Serie so durchdacht gewesen wäre, wie, ähm, der Phaser, oh ja, dann hätten wir ein geiles Produkt gehabt. Im Übrigen, das sage ich auch über die Discovery-Constitution-Klasse. Wenn die Serie von Anfang an dieser Design-Philosophie gefolgt wäre, wie die, wie die Discovery-Constitution-Klasse, wäre der Shitstorm wahrscheinlich auch nicht so sehr groß gewesen. Möchte ich mal ehrlich so sagen. Okay, jetzt haben wir hier also unser ziemlich menschliches Alien. Ja, wie nennen wir ihn? Ich habe mir das lange überlegt. Ich bin zu dem Schluss gekommen, ich möchte ihn Leymar nennen. Ich dachte erst, ein Neymar. Ah, da habe ich mir so gedacht, das ist dann verbunden mit zu viel, ja, Emotion. Wenn ihr den Scherz versteht, ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube echt nicht. Okay, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich möchte nur noch mal dran erinnern, heute Abend um 19 Uhr gibt es einen Livestream mit, äh, Leymar. Ich bin es persönlich. Und wir werden anfangen, ja, die Discovery-Conny eventuell zu erforschen. Aber zuvor baue ich erst mal noch ein Lego-Set auf. Ähm, ja, 19 Uhr live auf Twitch. Wir fangen erst mal mit dem Lego-Set und danach geht es weiter mit diesem guten Mann hier. Also, wir sehen uns irgendwo dort draußen wieder. Bis dahin. Schausen. Schausen.